Jetzt. Ein bisschen Spaß habt, ein bisschen Freude habt und euch vielleicht auch das eine oder andere schöne Teil gönnt. Ja, und wir haben hier einfach im Laden ein kleines bisschen umgebaut und haben hier unsere kleine Ecke gemacht für euch, sodass ihr gleich die Sachen auch alle sehen könnt. Und Katharina zieht auch das ein oder andere an, damit ihr das auch gut sehen könnt. Ja, und ich begrüße euch natürlich schon mal recht herzlich. Das mache ich jetzt ein paar Minuten nochmal. Aber ihr könnt uns natürlich schreiben. Wir können mit euch korrespondieren. Deswegen nennen wir das Ganze ja auch Live Shopping. Ihr könnt uns Fragen stellen. Meine Brille ist geputzt, sodass ich was sehen kann. Wir haben hier schon mal ein leckeres Gläschen Wassersteh für unseren Durst zwischendurch. Und es gibt ein neues Fläschchen Markeenseck. Das ist ja auch ganz süß. Da haben wir jetzt gesagt, okay, dann wollen wir einmal natürlich auch mit euch anstoßen. Katharina sagt mir noch irgendwas. Also, Katharina fragt, ob ihr uns gut oder mich gut hören könnt. Einfach mal gerade in den Chat hineinschreiben. Ihr könnt, also wie gesagt, ihr habt eine Funktion. Da könnt ihr schreiben. Die Monika hat zum Beispiel geschrieben. Ich kann es kaum erwarten und ich freue mich aufs Video. Hallo Monika, das ist ganz lieb von dir. Ja, und es ist natürlich auch immer für uns was Besonderes, wenn wir einen Live Shopping-Abend haben. Und hatten wir jetzt ja natürlich auch noch nicht so oft und können dann natürlich auch direkt mit euch korrespondieren. Ja, und dann begrüße ich euch nochmal. Wir gucken eigentlich nochmal eben gerade eben auf die Uhr. Und ihr könnt natürlich auch schreiben, von wo ihr euch zugeschaltet habt. Ich nehme mir mal an, die liebe Claudia hat sich aus Wreden zugeschaltet. Ich nehme an, die Monika. Kannst du auch mal eben gerade schreiben, welche Monika. Inzwischen haben wir natürlich einige Monikas, Angelikas und wie sie alle heißen, Mädels. Und sonst wussten wir immer, aha, wer ist das und wo ist die, wo ist die her, die kennt uns schon. Und diese Woche hatten wir wieder Besuch aus dem schönen Norden und dann auch von weit her. Und wir haben einen tollen Shopping-Vormittag gemacht hier bei uns. Und Katharina sagt, ich muss ein bisschen nach hier rücken. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, unser Video liked, euer Lieblingsteil wie immer kommentiert oder natürlich auch gleich bestellt. So, es kommen immer mehr rein. Wir wollen aber auch gerade so ein paar Minuten warten. Hier ist schon mal eure Walburga von der schönen Heldin. Und ihr könnt euch in aller Ruhe noch schnell was zu trinken holen. Wir haben uns ein Gläschen Wasser geholt und haben uns ein kleines Fläschchen McCain-Picolöchen geholt, damit wir mit euch anstoßen können. Und ich kann mich ja inzwischen schon mal für die, die mich gar nicht kennen oder für die, die ganz neu dabei sind, einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Walburga Sümmel. Ich bin Inhaberin der schönen Heldin und des McCain-Stores hier in Niederzissen im schönen Broltal. Ja, und das ist meine Arbeit. Ich bin seit 35 Jahren in der Imageberatung für Stil, Image und Wirkung, für Farben, für Benanzi-Coach. Aber natürlich nicht nur in der Theorie, sondern auch hier in der Praxis. Und die Frauen kommen tatsächlich bis zu 900 Kilometer hierher gefahren, um dann einfach mal dieses Shopping-Erlebnis zu haben. Einmal Pretty Woman zu sein, einmal jetzt Dorfe sich alleine zu haben. Und das ist natürlich auch für viele ein ganz, ganz, ganz besonderes Ereignis. Und für alle die, die bei uns im Coaching waren und schon hier waren, das ist natürlich wirklich ein ganz, ganz besonderer Tag. So, jetzt hoffe ich, sind die meisten drin. Ihr könnt das, weil wir es, kriegt sie jetzt eine Aufzeichnung? Ja, wir machen eine Aufzeichnung, aber dann ist natürlich das Shopping vorbei. Und das geht ja heute eigentlich ums Live-Shopping. Und jetzt erzähle ich euch ganz kurz, wie dieses Prozedere abläuft. Ihr habt hier unsere WhatsApp-Nummer. 026 36 80 83 429. Das ist unser WhatsApp-Handy. Das liegt hier. Da könnt ihr eure Sachen drüber bestellen. Das heißt, ihr könnt uns schreiben, ich möchte gerne dieses T-Shirt oder jede Hose oder jedes Pulloverchen oder Jäckchen. So, aber dann bitte auch, ja, das ist so eine Bitte an euch, für die, die ich nicht kenne, ja, bitte seid doch so lieb und schreibt eure vollständigen Namen rein. Weil ihr müsst auch verstehen, dass wir keine WhatsApps beantworten können, wo irgendeiner schreibt, hier ist Marlene aus, ich weiß nicht woher, noch nicht mal woher. Und dann Fragen haben, also dann bitte eure Namen dazu schreiben, damit wir wissen, wer ihr seid. Auch später für die Bestellungen natürlich, Telefon, Telefon, ja, Telefon habe ich im WhatsApp bei euch. Dann halt eben auch Adresse und alles. So, also, warum gibt es heute natürlich auch den besonderen Abend? Weil alles ein bisschen natürlich anders wird in den kommenden Saisons. Wir haben ja Liefertermine von November bis April für die jetzige Saison. Kann ich mir das ein bisschen drüber gehen? Ja, noch ein Stückchen drüber gehen? Ja, okay, so ist besser. Dass wir halt eben Liefertermine haben, einige, wiss ich, zehn Liefertermine in der Saison. Und die ersten Liefertermine, die kamen, war ja schon November, Dezember. So, das sind auch die, wo wir heute gesagt haben, okay, das kann die Kundin dann frühzeitig schon auf jeden Fall mal das ein oder andere Teil etwas vergünstigt kaufen. Und muss nicht warten bis zum Ende der Saison, weil sie vielleicht das ein oder andere Teil noch gesehen hat und jetzt natürlich dann auch ein Schnäppchen machen kann. Also, von daher ist es halt eben für euch nur zum Verständnis, dass das der wahren Liefertermin November, Dezember ist und nicht, wie einige schon dachten, der Liefertermin von vor drei Wochen. Das ist natürlich nicht der Fall, weil irgendwo müssen wir natürlich erstmal unsere Rechnungen alle bezahlen bei Markayne. Und für die neue Ware ist es natürlich so, die können wir natürlich mal ins Shopping geben, wenn ihr möchtet. Ihr könnt uns gerne schreiben. Ihr wollt auch mal Live-Shopping haben mit der ganz aktuellen Ware. Oder ich mache auch gerne Live-Shopping natürlich mal mit schönen Kleidern. Das ist natürlich auch mal schön, die ihr dann sofort kaufen könnt. Aber ich will euch auch nicht auf die Folter spannen, möchte jetzt mit euch gerade ein Schlückchen. Katharina hat natürlich auch ein Schlückchen hinter der Bühne, hinter dem Mikrofon. Und wir wollen einfach mit euch kurz anstoßen. Ihr Lieben, Prost. Ja, auf einen schönen Abend. Lasst es euch schmecken. Ich hoffe, ihr habt schon ein kleines bisschen was im Bauch. Und könnt ihr jetzt das Weinchen oder Bierchen oder Teechen oder Kaffeechen oder Wasser draufschütten. So, ich hoffe, dass die meisten jetzt zugescheitert sind. Wir gucken nochmal eben gerade rein. So, es sind schon fast 100 drin. Alles super. Liebe Grüße aus Geldern, schreibt die liebe Petra. Hallo Petra, ich grüße dich, die Siegne schreibt. Ich kann euch gut hören aus der Nähe von Hamburg. Cornelia Ohm aus der Nordsee. Hallo ihr Lieben. Monika schreibt. Freue mich auf diesen Abend. Ihr alle. Ich habe so viel geschrieben. Das ist natürlich ganz toll. Freue mich auch. Claudia. Ah, Claudia aus Frieden. Hallo ihr Lieben. Viele kennen mich ja schon. Und das sind natürlich meine alten, eingesessenen Fans von der schönen Heldin und von mir. Ja, die einfach so treue Kunden auch sind. Und halt eben wirklich noch nicht mal mehr fremd gehen. Die gehen höchstens mal hin und sagen, okay, ich gucke mir was an. Aber die gehen nicht mehr fremd. Die kommen einfach zu uns. Weil sie uns natürlich hier auch unterstützen. Und weil wir halt eben auch die Arbeit machen für euch. Haltet eben euch ein bisschen Spaß. Petra sagte, die Tare, die war hier aus Bayern. Und sie hat gesagt, du hast immer so einen netten Unterhaltungsfaktor, wenn du live gehst. Und ich freue mich darüber natürlich über all die Komplimente. So, jetzt habe ich euch erzählt, wie das Ganze abläuft. Ihr habt hier unsere WhatsApp-Nummer. Ihr könnt uns also, wie gesagt, über diese WhatsApp-Nummer die Teile schreiben, die ihr gerne hättet. Und warum ist Online-Shopping bei uns einfacher als im normalen Online-Store? Ganz einfach. Weil ich euch immer sage, ja, das fällt groß aus. Das fällt klein aus. Das bitte eine Nummer größer bestellen. Das ist zu groß. Das bitte eine Nummer kleiner bestellen. Denn wir wollen natürlich, dass über 98% aller Ware, die wir versenden, bleibt bei unseren Kunden. Weil natürlich vorher die Kümmererin Walboga da ist. Heute Mittag oder gestern schrieb Claudia, du bist ja schließlich meine Kümmererin. Und in die Evangelik hat er aus Teneriffa geschrieben. Denk auch an mich, dass du das für mich hast. Du bist ja meine Kümmererin. Und von daher ist das natürlich ganz toll, wenn das Päckchen bei euch ankommt. Ihr euch freut. Und dann sagt, alles passt. Alles ist wunderbar. So, also, ich denke, habt ihr zwischendurch irgendwelche Fragen. Dann fragt die Katharina, kann zwischendurch nicht nur vorführen, sondern halt eben auch gucken. Und gucken, was ihr geschrieben habt. Beziehungsweise, wenn ihr mir die erste WhatsApp ist schon eingegangen, obwohl ich noch gar nichts verkauft habe. Das ist natürlich auch super. Und wir fangen einfach an mit einem Basic in Dunkelblau. Das ist also ein wunderschönes, kleines Jäckchen, was ihr auch als Pullover anziehen könnt. Katharina hat das nachher auch nochmal ganz kurz an, damit ihr es auch nochmal sehen könnt. Es ist aus der Sportkollektion. Hat einen schönen Dreiviertelarm. Ihr könnt es immer über den Top anziehen. Ihr könnt es aber auch mal ein bisschen Zwiebelung unter die Jeansjacke tragen. Oder aber über ein schönes Sommerkleidchen drüber machen. Und das gibt es. Ihr könnt auch die Größe anfragen. Ich sage euch aber immer dazu. Das gibt es in den Größen 36, 38, 40, 42 und 44. Wobei ihr seht, das hier ist die Größe 1 in 34. Und das fällt ganz, 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 ganz klein aus. Also lieber wäre es leger, hat zwei Nummern mehr bestellt. Weil die Größe 6 ist maximal eine kleine Größe 5, also eine 42. Also, und dieses schöne Teil ist reduziert heute um 20% statt 169, 90 für 136 Euro und hat die Nummer 1. Am besten merkt ihr euch immer die Nummer 1. Dann könnt ihr schreiben, aha, ich interessiere mich für die Nummer 1 oder die Nummer 3 oder die Nummer 15. Und dann wissen wir, welches Teil ihr meint. Und korrespondieren dann mit euch mit der Größe beziehungsweise alles Weitere. So, das Gleiche gibt es natürlich auch noch in Schwarz. In den Größen, ich habe die Größe, ich war im Schwarz, die mich aufgeschrieben. Fällt mir gerade auch, haben wir einmal die 5, die 42, die 36, die 42 und die 44. Also die 44 ist dann eher eine 42. Also, schönes Dunkelblau passt zur Dunkelblauen Farbe von Marquee, die ihr alle kennt in der Farbe 395. So, und dann haben wir auch, was die Kunden natürlich besonders lieben, ist dieser schöne Carmen-Ausschnitt. Der macht immer ein besonders schönes Gesicht, der macht auch immer ein besonders schönes Dekolleté und ist halt eben ein schönes weißes, weißgründiges Shirt mit, es sollen eigentlich Elefanten sein. Wenn ihr seht, da seht ihr kleine weiße Elefantchen drauf. So, das gibt es in der Größe, ich muss mal gucken, dass ich in der richtigen Reihe bin, in der Größe 36 bis 42 und ist statt 179, 90, 144 Euro. Also schön, ihr wisst, ihr liebt das mit dem kleinen Dreivierteln-Arm, dann ist es gut geschnitten und die Größe ist exakt auch die Größe. Also habt ihr 38, bestellt ihr die Größe 3 oder habt ihr 42, dann bestellt die Größe 5. So, dann gibt es einen wunderschönen Pullover, auch aus einem, ich gucke nochmal ab und zu aufs Material, damit es nicht allzu lange dauert, kann ich natürlich nicht alle Materialien gucken. Der Pullover ist also auch waschbar und hat 70% Viskose, hat einen sehr schönen Ausschnitt, den gibt es in Wollweiß. Den zeigt die Katharina uns jetzt mal. Hallo, ich muss ein Stück darüber. Achso, dann muss ich ein Stück darüber. So, ihr habt hier den schönen Pullover. Der ist ein bisschen, seht ihr, ein ganz kleines bisschen, leger auch geschnitten für die Frauen, die sagen, okay, ich habe es gerne auch am Bauch ein ganz kleines bisschen weiter und nicht so eng. Und der ist schön, auch vom Arm ist der schön gemacht und die Katharina trägt hier die Größe 1. Also sie hat hier die Größe 34 an und sie hat normalerweise die Größe 36, 38. Also für alle die, das ist auch die Größe 1, fällt gut aus und in dem Grün haben wir den Pulli auch. Also von daher immer eine Nummer kleiner bestellen. Katharina, hält euch den mal fest. Und dann sage ich euch, was der schöne Pullover kostet. Der ist von 249 jetzt, vor allem im Shopping, 199 Euro und ist natürlich ein wunderschöner Sommerpullover zu Jeans, zu weißen Hosen. Der hat jetzt hier so einen kleinen steinfarben Rand und Katharina hat eine kleine Hose dazu an. Die kommt später noch. Und das könnt ihr kombinieren natürlich auch mit der schönen schwarzen Hose mal für den Abend. Oder ihr schmeißt euch ihn einfach mal über die Jeansjacke, da sie am Abend, wenn es kühler wird, noch einen Zwiebel-Look hat. Ja, das ist im Übrigen ein Einzelstück. Warum nicht nochmal? Also die Hose kommt, die stellt ihr das Einzelstück. Die Hose, das ist eine Größe 1, die sie da anhat in dem Woll, in dem Creme Weiß. Die findet ihr in unserem... Eine beschichtete Jeans. Eine beschichtete Jeans, ja. Die findet ihr auch bei uns. Die alle Sachen sind auch bei uns im Onlineshop. Aber wir konnten so schnell natürlich nicht die Sachen jetzt reduzieren. Deswegen halt eben auch dieser What's App-Verkauf. Und das ist auch für uns dann viel, viel einfacher, weil das alles in unserem Onlineshop zu ändern, ist unglaublich viel Arbeit. Also, schöner Pullover in grün und in weiß. Oder Creme Weiß, besser als nicht Schneeweiß, sondern Creme Weiß. Und ist jetzt 199 Euro. Und ihr wisst, alles Bodelshausen noch strict made in Germany. Und sehr angenehm. Das ist sehr gut, hat die Kundin heute Morgen auch schon gesagt. Sagt, nehme ich gleich mit, ist wunderbar, leichter Sommerpullover. So, als nächstes kommt dann das Blusenshirt in Creme. So, das ist jetzt auch schön mit diesen kleinen Zipperchen hier vorne dran aus der Marquane Sport-Kollektion. Das haben die Frauen immer besonders gerne, die nicht mögen, dass die T-Shirts so kurz sind, sondern dass sie ein kleines bisschen mehr in Richtung Schritt auch gehen. Und das hat oben T-Shirt. Und unten hat es wie so eine Bluse geschnitten. Und auch den schönen dreiviertelnden Arm. Und da seht ihr auch wieder, dass das Teil halt eben einfach auch sehr schön geschnitten ist. Ich habe hier jetzt so einen cremefarbenen Bläser. Man kann schön cremefarbenen Bläser drauf anziehen, schöne Lederjacke drauf anziehen, schwarz dazu anziehen, braun dazu anziehen, creme dazu anziehen, weiße Jeans dazu anziehen. Also es ist auch vielfältig zu tragen. Und natürlich auch was Besonderes. Und dieses Shirt hat die Nummer 5 und das nächste gleiche Shirt in schwarz hat die Nummer 6, wem das gut gefällt. Und das T-Shirt in schwarz und weiß mit dem Print ist von 199,90 auf 160 Euro. In schwarz gibt es das noch in 36, 38 und 40 und in hell gibt es das noch in 2. Die anderen haben die Frauen heute leider weggekauft, überzudankt weggekauft und sich gefreut. Also beide sehr, sehr schön. Und ihr seht, sie sind, ich bin ja relativ groß, sie sind auch ein bisschen länger geschnitten und von daher sind sie natürlich auch schön zur Skuba-Hose oder aber auch zur schönen schmalen Lederhose. So, jetzt haben wir die kleinen T-Shirtchen. Und dann gibt es natürlich auch in grün diese wunderbare Strickjacke für die Frauen, die keine Pullover haben möchten. Die haben natürlich dann lieber eine Strickjacke, weil man hat sie natürlich auch schneller an- und ausgezogen mit Frisur, mit Make-up im Büro. Da ist die Jacke natürlich manchmal auch praktischer. Sie hat hier so kleine Schlitze und so schöne Taschen. Und sie wertet natürlich jedes dunkelblaue Outfit, dunkelblaue Hose, dunkelblaue Shirt, schwarze Hose, schwarze Shirt, weiße Hose, weiße Shirt. Ja, wertet das immer wieder auch auf mit dieser wunderbaren Farbe. Und die hat die Nummer 7 und ist jetzt von 199,90 auf 160 Euro reduziert. Und da seht ihr, die gibt es noch in zwei Größen und die fällt auch gut aus. Ich gucke mal bei dem hier auf, die Größe ist eine 38 und ich habe eine 40. Ich würde also auf jeden Fall die Jacke in 38 nehmen und nicht in 40, weil die wäre mir dann auch einfach zu weit. Also eine sehr, sehr schöne Jacke mit der Nummer 7. Und hier kommt für unsere Skuba-Liebhaber natürlich auch ein schöner Skuba-Bläser. Das wissen die Mädels ja schon, dass sie lieben die Qualität. Die kann man in den Koffer, Meetings, Büros, Urlaub, Abendessen, weggehen, eingeladen. Ist das natürlich einfach die Lieblingsqualität. Unserer ganzen Kundin, ganz leicht und softig, der hat jetzt einen schwarzen Grund. Und hat schwarze Elefanten. Ihr seht, da sind die Elefanten schwarz. Da passt natürlich auch schön das kleine T-Shirt drunter. Dann habt ihr nur versetzt die Farben. Und das sieht natürlich auch ganz toll aus, wenn ihr diese beiden Farben zusammentreibt. Aber es passt tatsächlich auch vom Muster her perfekt zusammen. Für die bisschen Mutigeren. Oder ihr könnt das schwarze Zipperjäckchen anziehen oder ein unifarbenes schwarzes T-Shirt oder ein weißes. Und ihr seht immer gut aus. Und jetzt mache ich mir mal hier, damit ich mich nicht in der Reihe vertue. Den Blazer gibt es in 36, 40 und 42 und ist statt 449 359 Euro. Also auch ein sehr, sehr schönes Teil. Und wer es natürlich total hip dazu mag, der hat die schöne Lederhose, die ein bisschen lässig ist, sehr gut geeignet für die Frau mit der tiefen Hüfte, die halt eben ein bisschen Popo hat oder auch ein bisschen mehr Po hat. Kathi, sag mal ein bisschen näher kommen. Hat oben einen schönen Gummibund. Hat schöne lässige Taschen. Hat die Nummer 9. Kleine Fake-Reißverschluss. Und ist ein ganz, ganz weiches Fake-Leder. Und sieht einfach klasse aus. Und die gibt es leider nur noch in der Größe 3. Aber die Größe 3 fällt richtig gut aus. Also auch eine gute Dreieinhalb passt da noch rein. Und die Lederfake-Hose ist jetzt reduziert von 279 auf 223 Euro. Also ein absolutes Stäppchen natürlich auch. So, und dann habe ich also, und hat die Nummer 9. Und bei der Nummer 10 haben wir ein kleines Twinset aus Boleshausener Schrick. Das ist eine reine Wolle für die Frauen, die halt eben gerne auch im Sommer eine kleine Schuhwolljacke haben. Mit dem kleinen entzückenden Top unten drunter. Das hat die Nummer 10, weil beide Teile gehören zusammen. Ich mache das mal gerade weg, dass ich euch das Top zeigen kann. Das ist das wunderschöne Top, was ihr natürlich sehr, sehr schön auch für den Abend mal anziehen könnt. Ich mache es noch ein bisschen näher noch. Bitte. Katharina, komm mal rum. Ich verstehe sie nicht. Ah, mit der Hand rein. Ah, dass ihr seht, dass das hier oben so schön gewirkt hat. Das ist ganz leicht. Das wiegt über fast überhaupt nichts. Und dazu hat sie ja diese kleine, süße, kurze Jacke. Und die kurze Jacke könnt ihr wieder fast über jedes Kleidchen im Sommer anziehen, weil sie auch so schön kurz ist und auch eine schöne Figur macht. Und dieses Twinset ist reduziert. Ja, ist teuer. Boleshausener Strick und dann natürlich reine Wolle. Mega, mega schön. Und ist reduziert von 498 auf 399 Euro. Also für den Liebhaber ist das was ganz Besonderes. Und jetzt haben wir einmal die Nummer 11. Und für alle die, die sich jetzt zugeschaltet haben. Wir gucken jetzt mal gerade im Eis. Es haben sich jede Menge nochmal zugeschaltet. Für alle die, die begrüße ich nochmal ganz schnell. Hier ist die Walburga von der schönen Heldin. Und ja, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr euch zugeschaltet habt. Und wir haben heute Abend natürlich einfach einmal ein Gläschen, was wir mit euch trinken wollen auf den Abend. Ich hoffe, ihr habt euch ein Teechen, ein Kaffeechen, ein Säckchen, ein Weinchen genommen und könnt einfach mit uns mal Prost sagen und euch ein kleines Mädelsstündchen machen. Und ich habe eben einmal kurz erklärt schon, dass, da habt ihr unsere Nummer, da seid ihr sofort mit unserem WhatsApp, mit unserem Handy verbunden, sodass ihr über diese WhatsApp-Nummer könnt Fragen stellen und gleich auch die Bestellungen machen könnt. Und bitte dann auch mit vollständigen Namen für die, die ich nicht kenne. Die alten Hasen weiß ich ja schon, die wissen schon alle, wie das funktioniert. Und für die Neuen, dass ich dann noch weiß, wer seid ihr, was habt ihr für eine Kleidergröße, sodass wir dann korrespondieren können für das ein oder andere Teil, dass, wenn das Fäckchen bei euch ankommt, natürlich auch einfach der Burner ist und auch super, super, super gut passt. Und ihr viel Freude damit habt. Und ihr wisst ja, oder die, die mich kennen, die wissen, ich habe am allerliebsten, wenn ihr mal schreibt, ich habe ganz viele Komplimente bekommen. Und ich sehe immer ganz, ganz toll aus. Und das ist doch das Schönste überhaupt, dass wir, wenn wir uns was kaufen, dass ein anderer sagt, boah, siehst du toll was, hast du ein schönes Teil. Und auch das ist wieder unser schönes Grasgrün. Eine warme Farbe, wie ihr seht. Und das ist die Nummer 11. Die Bluse passt wiederum unter den Pulli. Dann passt sie natürlich Ton in Ton auch unter den Pulli. Dann passt sie natürlich auch Ton in Ton mit der schönen Strickjacke. Ich mache sie mal gerade auf. Also die Nummer 7 mit der Nummer 11. Und ich habe eben gesagt, wir haben alle Teile heute mit 20%. Und warum ist das so? Weil wir haben 16 Liefertermine pro Saison, also über 30 oder 32, 33 im Jahr. Und das hier sind die Liefertermine bei uns November, Dezember. Und da wollten wir natürlich nicht, dass ihr warten müsst, bis halt eben irgendwann mal irgendwo reduziert ist was, sondern dass ihr jetzt einfach könnt eure Garderobe ein bisschen ergänzen und natürlich einfach auch schon mal kleines Saisonschnäppchen machen könnt. Das machen die Frauen ja alle. Zumindest haben die Frauen, die heute im Store waren, gesagt, boah, super, das ist ja ganz toll, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Und ihr habt ja einfach nochmal diese schöne Jacke dazu. Und ihr seht, ihr habt wieder ein schönes Outfit zu einem schönen Rock, zu einer schönen Hose in weiß, schwarz oder dunkelblau, weil Kombinationsmöglichkeiten habt ihr damit natürlich auch gelungen. So, und die Bluse ist, sage ich euch auch, von 199 Euro jetzt 160 Euro. Also könnt ihr da gleich zuschlagen. Und hier haben wir natürlich auch die Lieblings-Kuba-Hose. Mit den kleinen Elefanten, wer den Anzug haben möchte, also ein, zwei Größen, glaube ich, sind noch kompatibel mit dem, mit Hose dazu passen, weil viele tragen ja auch den All-Over-Print. Den kriegen wir gleich auch nochmal bei Katharina einmal zu sehen. In einem anderen Muster. Und hier habt ihr die Nummer 12. Und die Nummer 12 gibt es noch in den Größen 40, 42 und 44. Also auch eine richtig gute Hose für die Kleidergröße 44. Und die ist von 229 jetzt 183. Wer also seine Garderobe noch ein kleines bisschen ergänzen möchte oder ein bisschen Pfiff reinbringen möchte, der ist natürlich mit dieser Hose einfach klasse bedient. Und dann kommen wir zur Nummer 13. Jetzt muss ich mal gucken, wenn Katharina wieder an die Reihe kommt. Gleich. So, hier kommt noch einmal ein sehr schönes Shirt, was reduziert ist von 129,90 auf 104 Euro. Und das ist auch mit so einem kleinen Rand hier oben in ein bisschen Leo. Und dann hat es einen schönen goldenen Aufdruck. Und es ist cremeweiß, also für alle warmen Farbkarten. Die Frühlinge und die Herbsttypen. Und es ist von Marc Cain Sports. Und hat natürlich einfach auch so süß. Mal ein bisschen was Besonderes vorne drauf. Und es ist nicht so ganz 0815. Also dieses schöne Shirt ist dann 104 Euro. Und ab dem dritten Teil gibt es natürlich einfach auch noch Besonderes Bonbon. Weil das dritte Teil, da gibt es dann 30 Euro drauf. Äh, 30 Prozent drauf. Ne, sodass ihr, wenn ihr mehrere Teile habt, natürlich einfach nochmal einen kleinen extra Bonus habt. Und damit wir es natürlich nicht vergessen, es gibt natürlich auch zu jedem, zu jeder Bestellung, gibt es natürlich selbstverständlich ein Präsent. So, da das Präsent ein bisschen, ich sag mal, größeres Präsent ist, mache ich das so, dass ich die Präsente, die ich habe, wenn ihr bestellt habt, ja, mache ich euch Fotos davon, welches für euch dann in Frage kommt. Und ihr könnt mir dann sagen, ich will dieses oder ich will das. Ne, das eine ist eine schöne Tasche, das andere ist ein schöner Gürtel, das andere ist eine schöne Kosmetiktasche. Ne, dann mache ich euch Fotos davon. Und die könnt ihr dann, könnt ihr euch dann aussuchen, was ihr gerne hättet. Also, das schöne T-Shirt gibt es für 104 Euro. Die Simone Röder fragt, ob die Nummer 11 was für den Wintertyp ist oder nicht. Die Nummer 11, ob die Nummer 11 was für den Wintertyp ist. Was ist denn die Nummer 11? Die Bluse. Ne, grüne Bluse, nein, liebe Simone. Aber die schöne Elefantenhose, Simone, die ist was für dich, weil die passt zu deinem Wintertyp par excellence. Und dann kriegst du dazu gleich ein anderes T-Shirt. Beziehungsweise ein anderes Teil dazu. So, hier haben wir jetzt die Nummer 13 gehabt. So, dann kommt die Katharina nochmal ins Bild. Ich gucke nochmal auf meine schlauen Zettel. So, hier haben wir noch zwei Einzelteile aus unserem ersten Liefertermin in dem schönen Hummer. Und das ist der Anzug. Der hat jetzt, den Bläser gibt es noch in der Größe 2 und 4. Fällt aber ganz knapp aus. Ihr seht, die Katharina hat hier die 2 an. Und der ist auch so eine ganz knappe 2, drehe ich mal rum. Na, und ist dann auch von der Passform her gut. Ist ein bisschen Kürzzeug geschnitten. Das Blüschen unten drunter in dem, wie nennt sich der Print? Geometrischer Print. Das ist der geometrische Print. Die hat sich jetzt mal die Bluse zu. Sie kann aber auch jedes andere, jede andere Farbe von Creme bis Dunkelblau unter den Anzug anziehen. Und es ist ein schöner Sommeranzug. Ja, die Hose ist unten. Das ist eine langgeschnitten Hose. Und ihr seht doch die Struktur. In dem Bläser ist also kein hochsommer-dünner Bläser. Sondern Bläser für jetzt draußen, wenn es 3, 4, 5 Grad sind. Dann ist der Bläser sicherlich angesagt. Und jetzt sage ich euch aber auch nochmal kurz den Preis. Der ist von 379 auf 303 Euro. Die Hose dazu ist von 200 Euro auf 160 Euro. Und die Bluse in dem geometrischen Print ist von 249 Euro. Hier kommen schon wieder Nachrichten rein. 199 Euro. Und das schöne Tuch. Das ist natürlich auch einzigartig schön. Und der Schal ist 120 Euro statt 149,90 Euro. Das ist nämlich ein sehr schönes, leichtes Material. Ja, und hat Seide mit Modal. Also auch sehr schön, auch jetzt fürs Frühjahr sehr, sehr schön. Oder man packt halt eben einfach die Garderobe auf. Und der Farbton, den wir hier drin sehen, ist dunkelblau, nicht schwarz. Also auch ganz wichtig, auch für den warmen Farbtyp ist das natürlich ein schönes Teil. Leider gibt es die Bluse nur noch in der Größe 36. So, dann haben wir den gleichen Bläser. Den kann die Katharina uns aber mal eben kurz zeigen. In dunkelblau haben wir einmal den kurzen Bläser. Den zeige ich euch. Und den lange zieht sie an. Nehmen wir den anderen. So, da haben wir die Nummer 19. Das ist der gleiche Bläser. In dunkelblau seht ihr hier mit den kleinen Zweiknöpfchen. Das ist gut für die Frau, die nicht so groß ist. Und dann gibt es den extra auch mit drei Knöpfen für die Frau, die ein bisschen größer ist. Die ihn gerne auch ein bisschen länger haben möchte. So bis zum Po. Ihr seht, wie schön der ist. Der geht bis über den Schritt. Das ist jetzt auch die drei. Das ist die drei. Also die Katharina würde wahrscheinlich bei ihrer Größe die drei nehmen. Weil der dann halt eben einfach ein bisschen legerer ist. Und man auch mal Pullover schon drunter tragen kann. Und ihr seht auch, der lange Bläser ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr edel. Und da könnt ihr eine schöne dunkelblaue Skuba-Hose drunter machen. Da könnt ihr eine schöne blaue Baumwoll-Hose. Da könnt ihr eine Jeans drunter machen. Eine schöne weiße Hose. Also da sind ja auch bei der Kombination sind dem da überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Auch wieder das schöne Tuch könnt ihr dazu nehmen. So, und da haben wir wieder das schöne Tuch drauf. Also auch das könnt ihr wieder kombinieren. Und sie kann auch mal gerade einfach eine dunkelblaue Hose davor halten. Vorne aus unserem normalen Repertoire. Und für all die Frauen, die jetzt aus unserem Onlineshop, aus unseren letzten Videos, aus unserer Sommerserie was kaufen oder haben möchten. Die kriegen natürlich auch ein Präsent, selbstverständlich. Das bespreche ich dann mit euch, was ich euch schicke, beziehungsweise was ihr euch wünscht. Denn ihr solltet das mit Präsent bekommen von denen, die ich euch anbiete, was euch am aller, allerbesten gefällt. Und ihr seht, hier habe ich eine schöne, schlichte, dunkelblaue Skuba-Hose. Und man hat wieder einen ganz tollen Anzug, man hat wieder ein ganz tolles Outfit. Auch das, was den Kleiderschrank halt eben einfach wieder ein kleines bisschen wertiger macht und aufpeppt. Ah, ich habe euch eine Hose unterschlagen. Ah, ja, 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 ja. Nummer 16. Das ist die Nummer 16. Und zu dem hummerfarbenen Bläser gibt es auch die Hose ohne Struktur. Und ihr seht, die ist jetzt so geschnitten, dass ihr unten einen hohen Aufschlag habt und ganz schmal geschnitten ist. Also für durchtrainierte Waden zum Beispiel. Für Frauen, die viel Joggen gehen und Frauen, die viel Beintraining machen. Dafür ist sie an der Wade, rutscht sie dann halt eben einfach ein bisschen hoch. Nicht so gut geeignet. Aber ansonsten ist die Hose natürlich sehr, sehr schön. Sie ist ganz hoch geschnitten, wie ihr seht. Also keine Hüfthose oder sowas, sondern eine hochgeschnittene Hose. Und ihr seht, die ist natürlich auch sehr schön. Ob man jetzt die etwas weiter geschnitten oder die Frauen, die gerne die verkürzte Form haben wollen, ist das auch eine super schöne Hose. Und die ist reduziert von 199 auf 160 Euro. Und dann habt ihr natürlich eine tolle Basic-Hose. Eine sehr, sehr schöne Bürohose natürlich auch. Oder für einen besonderen Anlass. So, wir gucken zwischendurch nochmal nach, weil es sind ja weit über 100 Ladies heute Abend zugeschaltet. Das finde ich natürlich grandios. Das ist natürlich toll. Die letzten begrüße ich jetzt nochmal. Für die, die sich nochmal zugeschaltet haben. Hier ist Eure Walburga von der schönen Heldin. Und seit 35 Jahren bin ich Expertin für Image, Stil und Wirkung. Und kümmere mich um die Garderobe meiner Frauen. Bin Anzi-Coach. Und mache den ganzen Tag nichts anderes, als wie Frauen schön. Und die kommen aus ganz Deutschland hierher zu mir und freuen sich wie Bolle. So wie gerade die liebe Carola. Ich glaube, sie ist auch, glaube ich, online dabei. Die jetzt bei mir war und natürlich auch hier übernachtet hat. Wir haben dann schön zusammen gefrühstückt im Hotel und sind dann hierher gefahren. Und dann haben wir noch den Autoschlüssel eine halbe Stunde besucht, weil den hat man natürlich bei allen Dingen auch noch verbümmelt. Und dann ist sie irgendwann, hat sie geschrieben, ich bin gut zu Hause angekommen. Und dann kann ich beruhigt natürlich auch schlafen gehen. Weil wenn eine Frau schon mal fünf Stunden unterwegs ist, man hat den Kopf so ein kleines bisschen voll, wenn man hier war natürlich. Und ist dann froh, wenn man natürlich in die Garage fährt. Oder wie die Monika vor einem Jahr, du hast gesagt, ich wusste, irgendwie stand ich dann in der Garage. Und ich war, mein Kopf war so voll mit diesen wunderschönen Sachen, die ich in meinem Kofferraum hatte. Da muss man schon mal ein bisschen manchmal aufpassen, dass man auch noch auf die Straße guckt. Aber ihr kommt immer gut nach Hause. Das ist ganz wunderbar. Und ihr seid hier im Marquette Store in Niederzissen zugeschaltet, wo ich natürlich jeden Tag arbeite, wo die schönen Heldinnen dann alle hinkommen. So, und dann haben wir für euch heute noch einmal diese schöne Jacke. Das ist jetzt eine Jacke, die mache ich euch heute ins 50%-Angebot. Das heißt also, diese Jacke ist 2,79 und die gibt es in Größe 36, 38 und 40 und ist jetzt 140 Euro und natürlich eine mega süße Jeansjacke für alle Frauen, die noch keine im Schrank haben. Also von daher natürlich auch was Besonderes, nicht so ganz 0,815. Sie unterscheidet sich natürlich auch ein bisschen durch das geprägte hier. Auf der Jacke mit diesem kleinen Paisley, müsst ihr euch schon drauf, hat eine gute Passform und ist exakt auch in der Größe. So, dann habe ich auch noch mal ein 50%iges Sommerteil mit 50% und das ist unser wunderschöner Plissierrock in den Farben von Hellkraut. Schön für die kalten Farbtypen, also für den Wintertyp bzw. den Sommertyp. Mit ein bisschen Bordeaux, mit ein bisschen Rosé und einfach ein schöner Rock zum Ausgehen, zum Weggehen oder halt eben mit schönen Tonschuhen und einem kleinen Pulli drauf oder aber wir haben es hier zum Beispiel mit einem kleinen süßen T-Shirt drauf fürs Frühjahr und das ist natürlich jetzt einfach auch ein schöner Look. Kleine Tonschuhe drauf in rosa oder in weiß und man ist wieder gut angezogen und der Plissierrock ist 140 Euro statt 279. Tja, und in welchem Koffer sollte der sein? Natürlich in jedem Koffer bei der Frau, der er gut steht und der er besonders gut passt und da ist das Teil natürlich einfach superschön. Ihr könnt ihn selber waschen, die Plissiers bleiben drin und ihr seht immer toll aus, weil der natürlich auch überhaupt gar nicht knittert. Also das Shirt in rosa ist reduziert auf 84 Euro von 119,90 und ist jetzt nur noch da in der Größe 38 und fällt gut aus. Das heißt also, das wäre der Karte zum Beispiel in 38 zu groß. Es gibt eine Frage zum kurzen blauen Bläser, welche Größe das nochmal war? 38. Der kurze blaue Bläser ist 38 mit den zwei Knöpfen und der andere mit den drei Knöpfen ist auch Größe 38. So, dann haben wir hier, müssen wir gleich die Antworten, müssen wir gleich mal da noch lesen. So, dann haben wir das schön, das ist natürlich auch schön zum Elefantenprint, zur Elefantenprint-Hose. So, jetzt habe ich eins runtergeschmissen. Seht ihr, passt das nochmal sehr, sehr schön. Dann passt das natürlich sehr schön auch zur schwarzen Lederhose. Dann passt es schön zu einem edlen, schwarzen Rock an. Das könnt ihr sehr schön kombinieren. Und das ist, das Shirt 119,90, kostet jetzt 84 Euro und hat die Kleidergröße 40, ist noch ein Einzelteil. Und ihr seht, aha, es ist die Größe 40 und hat die Nummer 23. Für die, die dieses schön, ihr seht, fällt gut aus. Für die, für die kalte Farbkarte des Wintertyps ist das natürlich ideal. So, dann haben wir den schönen Scuba-Rock. Das ist ein Einzelteil in Größe 36 und kostet statt 179,90, 144 Euro. Und wer das Ganze natürlich als Kostümchen haben mag, der kann jetzt einfach hier mal noch, ne, das schöne Blazerschen. Alle drei Teile sind Größe 36, also von daher leider nur noch in der Größe. Aber wer natürlich die 24 hat mit der 26 und der passenden Hose hat, hat natürlich einen superschönen Ganzjahresanzug, Ganzjahreskostüm. Könnt ihr super kombinieren mit Dunkelblau, mit Türkis, mit zum Mintgrün, mit diesem Hummerrot. Also das, ne, dem sind auch keine Grenzen gesetzt. Und hier hat sie das T-Shirt wieder ein Scuba an. Scuba, ja. Und da hat sie das kleine Jäckchen an, die Nummer 1, die wir eben hatten. Und jetzt hat sie hier die Größe 38 an. Und ihr seht, die 38 von den kleinen Jäckchen braucht sie auch. Also das bitte dann immer auch eine Nummer größer kaufen. Und dann hat sie da die Hose. In dem Scuba, das ist auch eine längere Hose, also keine knöschellange Hose, sondern halt eben auch mal lang. So, und hier macht man gerade das Beinchen hoch und kann noch einmal die lang. Ja, da hast du schön in der Folge. Also, so. Bisschen ausgestellt. Ja, wir wollen gucken, ob die Hose auch beweglich ist und nicht kaputt geht. Also ist die. Und da kann sie jetzt den Dunkelblau-Bläsern natürlich drauf anziehen. Und da kann sie natürlich den hummerfarbenen Bläsern drauf anziehen. Und auch nochmal zu den hummerfarbenen, bleibt mal stehen, den schönen Rock dazu. Und die Kombinationen sind, ja, ich könnte euch daraus ja 20 Kombinationen machen. Das wisst ihr. Und da hat sie jetzt den süßen kleinen Krawattenschein nochmal an. Der ist natürlich auch ganz süß, wenn man einfach das dunkelblaue Shirt oder jetzt schon ein kleines bisschen aufpeppen möchte. So, dann haben wir den Vorteil. Also wir liefern ja in die Schweiz. McCain liefert ja nicht in die Schweiz. Das wissen wir schon. Wir liefern ja in die Schweiz. Wir liefern nach Österreich. Neue Dinge ist nach Kroatien. Liebe Grüße nach Kroatien. Die Kundin sagt, McCain beliefert uns hier nicht. Kannst du mich nicht beliefern? Na ja, und wie ihr seht, sind wir dann ja irgendwann mal international. Und wir haben natürlich die Sachen nach Kroatien geschickt. Und sie sind auch schon angekommen. Da sind wir happy. Und die Kundin ist natürlich auch happy, dass sie ihre Lieblingsteile hat. Ja, vielen Dank, liebe Kati. Ich bitte das alles mal so wieder zurück. Und guck nochmal eben gerade. Der Rock ist, habe ich gesagt, 144 Euro reduziert. Dann die Scuba-Hose mit geometrischem Print ist 183 Euro von 2,29. Und der schöne Scuba-Bläser ist von 4,49, 3,59. So, und dann haben wir noch, last but not least, das schöne Shirt mit der Nummer 27 in schwarz. Mit dem kleinen Aufdruck, auch ein sehr schönes Material, muss man dazu sagen, für die wir halt eben ihr schwaches T-Shirt nochmal ergänzen möchten, ist das reduziert von 149,90 auf 120 Euro. Wir haben das immer so fast drauf und runtergerundet, die 20 Prozent. Und das gibt es in den Farben, in den Größen 36, 38, 40 und 42. Und dann haben wir die Hose in Flossen. Ja, die haben wir heute fast alle verkauft. Da waren sie weg. Das ist so eine schöne Biest-Tretch-Ware. Sitzt hervorragend. Und diese Hose, ja, jetzt haben wir sie nur an 36 und 38. Und es reduziert von 169,90 auf 85 Euro. Das heißt, die war 50 Prozent. Die haben die Kundin heute schon weggekauft. Also da könnt ihr schon davon ausgehen, dass die Hose in der Größe perfekt sitzt. Also die 2 ist nur 36 und die 3 ist eine ganz normale 38. So, jetzt glaube ich, ich habe... Das letzte Shirt, das steht aber nicht. Das letzte Shirt, das steht... Die ganz hinten, ganz hinten. Ah, ihr habt schon so ein schönes einzelnes Teil. Ist das nicht süß? Ich habe gesagt, es sieht aus wie Karl Lagerfeld als Zebra. Und ist ein so süßes Shirt mit der kleinen Strassbrille und dem Grün drin. Ich mache es euch mal ein bisschen näher. Und das ist jetzt Größe 40. Das ist auch eine Größe 40. Und ist von 179,90. Jetzt müssen wir gerade gucken. 144 Euro. Und das ist passend zu diesem Thema gewesen. Das heißt, ihr seht, da ist das Schwarz-Weiße nochmal drin. Und das Zebra ist natürlich super schick angezogen, wie hier. Nochmal was, wenn ich gerade ein Stückchen zurückgehe, damit ihr es besser sehen könnt. Und finde ich natürlich auch obercool zu der schwarzen Lederhose. Oder halt eben einfach auch als witziges Shirt unter der weißen Jeansjacke. Jetzt noch eine Frage. In welcher Größe ist die Hummerfarbene Hose ohne Struktur noch da? Die ist in Größe 38 noch da. Und Größe 36 ist die rote Struktur, die Hose noch da, ohne Struktur. So, jetzt könnt ihr uns erstmal löschern. Ihr könnt uns fragen. Wir bleiben jetzt erstmal ein bisschen für euch online, sodass ihr mit uns ein bisschen korrespondieren könnt. Sodass ihr halt eben einfach herzliche Grüße in die Runde schreibt. Ich habe hier gerade ein kleines Korn. Gott, ist der Anzug schön. Welche Größe hat die kurze blaue Bläser? Da haben wir schon gesagt, er hat die Größe 3. Der kurze hat die kurze blaue Bläser. Am besten schreibt mir einfach die Nummer. Der kurze blaue Bläser hängt hinter mir. Der hat die Größe 38, eine kleine 38. Ich gucke jetzt mal gerade hier. So, Angelika schreibt, ich nehme die Nummer 12 in Größe 44. Dann gucken wir mal gerade. Das ist die schöne Hose. Ja, Angelika, die passt perfekt zu dir in 44. Die ist super. So, dann tun wir die schon mal gleich hier auf die Seite. Die ist natürlich prädestiniert für dich. Und dann schreibt, jetzt gucke ich mal da noch. Kriege online nicht hin. Hallo. Also, liebe Gabi, du kriegst natürlich den grünen Pullover in Größe, die Nummer 3 in Größe 2. Wollt ihr den reservieren? Gabi wohnt zum Beispiel hier bei uns ja in der Nähe. Die hat halt eben das große Glück, dass sie halt eben nicht so weit weg wohnt. Und die kriegt den schönen Pullover, liebe Gabi. Danke, wir korrespondieren. Also, ihr seht, das ist alles relativ. Wir als Kunden, die kennen uns seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und für uns ist es halt immer am allerwichtigsten, dass die Teile, die zu euch kommen, halt eben auch passen. Und nicht viel zu groß sind oder viel zu klein sind. Weil es halt eben in Online-Shops immer schwieriger wird, halt eben die Teile zu finden, ja, die einem dann auch wirklich passen. Deswegen sage ich immer, lieber einmal zu oft korrespondieren, als wie einmal zu wenig. Lieber mal einmal zu viel schreiben und einfach auch, ich sage da manchmal auch, mess mal ein Pullover zu Hause, wie lang der ist, wie breit der ist, dass wir auch wissen, aha, es passt euch, weil für uns gibt es halt eben nichts Schöneres. Also, wenn alle Pakete bei euch beibleiben. Also, liebe Gabi, den Pullover bekommt du natürlich letztendlich. So, in Größe 36, der reicht ihr aus. Weil die Gabi ist manchmal zwischen 36 und 38. also, und das schöne blaue Jäcksche in Größe 4, Katharina, dann holst du das mal raus. Und das ist richtig, das ist in 4 gut für dich, liebe Gabi, weil all die beiden, das wirklich klein, schmal und zierlich ist. Also, Sabine schreibt Grüße aus Minneapolis in Minnesota. Also, es wird ja immer kurioser, wie die Leute uns finden. Wir haben, was weiß ich, 60.000, die im Monat unseren Kanal gucken. Und ihr seht, scheinbar geht das um die ganze Welt. Und das ist natürlich ganz toll, meine Liebe, dass du zuguckst. Wir korrespondieren nachher mit dir, liebe Sabine. Und sie schreibt, weil doch gerade erst das erste Grün hervorkommt, deswegen genau sollt ihr das doch schon gleich in eurem Schrank haben. Das ist doch ganz klar. Denn die Welt ist ja trister draußen. Und wir wollen natürlich bei dem tristen Wetter gehen einfach schöne Farben tragen. Und ich stehe immer auf der Devise, wisst ihr, Farben geben euch Energie. Wenn man morgens natürlich total trist angezogen ist, total langweilig angezogen ist, dann hat man auch überhaupt keine Energie. Man kommt ja überhaupt nicht ans Rollen am Morgen. Aber wenn man eine schöne Farbe trägt, wie ein schönes Türkis oder Rot oder Gelb oder Grün, dann hat man am Morgen eine ganz andere Motivation, wenn man auch am Spiegel... Danke für Ziele, schreibt die liebe Gabi. Ja, du bist halt eben einfach zierlich, ja. So, dann schreibt die liebe Simone, bitte die Elefantenhose in Größe 5. Dann kriegt die Simone die tolle Elefantenhose in Größe 5. Wir holen den mal raus. Die Katharina tut den mal auf die Seite. Und die Carola möchte gerne den grünen Pullover. Den holen wir dann auch schon mal bitte raus. Also, ihr seht, das ist alles relativ einfach. Wir schicken euch im Grunde genommen für das reduzierte Teil per WhatsApp eine Rechnung. Die Originalrechnung ist nachher im Paket. Dann kommen die Fotos mit den Präsenten. Und ihr sagt mir, was ihr gerne hättet, das tüten wir dann mit ein. So, und wenn das Geld bei uns eingegangen ist, dann schickt das Paket, das ist eh schon fertig, dann schicken wir das natürlich sofort los. Weil heute gibt es ja, ich sage mal sofort Überweisung, normale Überweisung. Es geht heute alles innerhalb von einem Tag. Das ist gar kein Problem mehr. Und wenn von 100 Teilen mal eins nicht passt, dann ist es sicherlich auch nicht dramatisch. Dann könnt ihr das selbstverständlich auch bei einem reduzierten Teil wieder zurückschicken. Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Weil ich weiß, dass viele, viele Online-Shops, viele, viele Läden auch sagen, reduzierte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen. Aber so was, Kunden, die mich lange kennen, die wissen das. Und wir hätten keine Kunden, die über 30, weil Katharina ist ja vor ein paar Wochen 30 geworden, die schon mehr als 30 Jahre auch zu mir einkaufen kommen. Da weiß man schon, aha, man hat mit jemand bodenständigem zu tun und hat mit jemandem zu tun, der halt eben einfach auch sich kümmert um euch und eure Sachen auch. Und Katharina sagt, ja, 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 ja. Es gibt hier noch zwei Fragen im Chat. Und zwar, in welchen Größen ist denn silberfarbenen Rock? Oh, habe ich das vergessen? Also, den wunderbaren silberfarbenen Rock, den gibt es. Sekundo Porfororo. Also. Und die Jeansjacke mit dem Glitzer, das werden auch noch mal die Größen. Also, Plissierock, den gibt es in 36, 38 und 40. Also, der hat auch eine gute Größe und die 40, da passt auch eine gute, ach so, da passt auch, ich gucke schon in den PC rein, da passt auch eine gute 40 rein. Und die Jeansjacke gibt es in 34, 36, 34, 38, 40 und 42. So, also die fängt ganz normal aus. Katharina kann euch da auch mal eine gerade von anziehen. Und die liebe Kerstin möchte gerne die Bluse haben, die schöne, in der Größe 4. Eben, und da müsst ihr gar nicht warten, bis am Ende, ihr seht schon, der Grün ist der Favorite, ne, der Kunde, die hier, die sagt, oh, ein bisschen schöne, frische Farbe. Das ist jetzt die Jeansjacke in N1. Ja. Oh, jetzt ziehe ich mich mal richtig an. Ja, ziehe ich mich mal richtig an. So, und da können wir sehen, die Jeansjacke darf ja immer auch ein bisschen knackig sitzen. Das heißt, ihr seht, die fällt gut aus. Ne, die passt der Katharina auch in 1. Ne, obwohl sie ja eigentlich nur mindestens 36 hat. Ne, und ich finde die auch schön. Die ist auch schön zum kleinen, schönen Sommerkleidchen. Das sieht immer klasse aus. Hat kleine Taschen, hat die Oma in kleine Taschen für ein kleines Einstecktüschelchen. Oder halt eben, wenn man abends weg geht, für ein bisschen Bargeld einzustecken. Auch sehr, sehr schön die Jeansjacke. Auch der Plissirock dazu, der geht auch sehr schön zu der Jeansjacke. Die tue ich jetzt auch noch mal eben gerade weg und reserviert ab. So. Ist sie noch da? Frauen haben schon Angst, dass dann die Ware schon nicht mehr da ist. So, und dann haben wir die noch im... So, da schreibt liebe Cornelia, der rote Bläser in... Also, noch mal die Nummer von der Jeansjacke, das ist die Nummer 20. Ja, Jeansjacke ist die Nummer 20. Also, wer die Nummer nicht mehr weiß, einfach gerade in den Chat schreiben und fragen. Ich habe natürlich, vergesst euch zu sagen, nicht, dass ich mal einen kleinen Stift und winken. Also, jetzt war die Anke Mund gerade am Telefon. Anke, sei so lieb, schreibe uns eine WhatsApp, das ist einfacher. Na, weil dann haben wir die nachher auch noch mal alle zum Nachgucken, ja, dass wir auch nichts vergessen morgen, wenn wir anfangen zu packen, beziehungsweise euch halt eben einfach auch mit euch dann natürlich korrespondieren, wegen eurem schönen Geschenk. Und ich gehe mal gerade noch mal einmal, die Katharina kann uns noch mal gerade, kann noch mal gerade die Worte erzählen. So, die Carola schreibt, die möchte gerne die Bluse haben und die Jacke haben, ja, so. Und die Petra schreibt, weil manche schreiben natürlich auf meinen privaten Handy, so, und dann haben wir hier ja gerade so, ja, das habe ich jetzt gelesen, das war eben gerade die Anke am Telefon und die Simone und die Petra, die möchte gerne die Nummer 7 und die Nummer 11. Das machen wir gleich, liebe Petra, gar kein Problem. Und die Petra ist hier auch aus den schönen Geldern und sie war auch das erste Mal vor zwei Wochen oder drei Wochen war sie bei uns im Store und hat sich natürlich auch riesig gefreut, halt eben auch einfach mal hier zu sein, weil sie mich sonst nur kannte, auch wenn ich hier auch schicke und Päckchen schicke und wenn sie dann schöne Fotos gemacht hat, die sie mir geschickt hat, wie toll sie aussieht, dann ist das natürlich einfach für mich immer eine riesengroße Freude, wenn die Fotos an, wenn die Päckchen ankommen, die meisten Kunden kriegen die Überraschungspakete, weil dein schönes Überraschungspaket, weil du bist gerade, liebe Angelika, in Teneriffa und sie sagt, vergesst mich nicht, vergesst mich nicht. Nein, wir vergessen euch natürlich nicht und versuchen natürlich jede Kundin glücklich zu machen und wir hoffen natürlich, dass euch das gefallen hat. Wir trinken noch mal ein Gläschen mit euch und wir sind auch noch ein paar Minuten für euch da, weil wir haben so eine Stunde geplant, damit ihr halt eben auch so ein bisschen wisst, wenn man Nachrichten gucken möchte, oder die brauchen wir auch nicht gucken, das ist ja Quatsch, die wollen wir auch nicht gucken, nein, dann beschäftigen wir uns hier noch mit was Schönem und ein schönes Teil zu haben, was euch Freude bringt, was euch Energie bringt und vor allen Dingen Ausstrahlung bringt und da muss ich euch wieder eine ganz kleine Geschichte erzählen von einer Kundin, wo sie sagt, okay, ich muss ja jetzt aus meinen Kükenklamotten mal rein, weil ich sage, du bist ein Adler, du stehst auf der Bühne, ja, du musst auch so aussehen und dann hatte sie einen Vortrag in München letzte Woche und ich hatte ihr zuvor ein Kleid geschickt und dann war sie erst in ihrem Kükenoutfit, ist sie dort angereist und die Leute begrüßt, die Gastgeber begrüßt und die Bühne sich angeguckt und alles und ist dann ganz schnell auf die Toilette gegangen und hat dann ganz schnell ihr neues Kleid angezogen und sie hat gesagt, plötzlich war ich da. Die Leute alle, wow, weil ich sage, jede Frau braucht ein Wow-Kleid und wenn man schon dieses Wow-Effekt hat, wenn man irgendwo einen Vortrag hält und die Leute sagen, boah, sehen Sie toll, boah, was haben denn Sie jetzt gemacht, das steht Ihnen immer gut, das ist aber schön, was passiert? Das Selbstbewusstsein weg, Kleider machen Leute, da führt kein Weg dran vorbei, man steht anders da, man hat ein anderes Standing, man hat ein anderes Ausstrahlen, man lächelt und wenn man auf die Bühne geht und hat die ersten 5, 6, 7 Komplimente, ist sowieso der ganze Abend schon geritzt und man hat einfach auch dieses Wohlfühl, den Wohlfühleffekt, wenn das Teil schön ist, in der Farbe schön ist und natürlich auch noch perfekt sitzt und noch zum Typ passt, aber da sind die meisten leider 99, 100% von entfernt, leider, leider, leider Gottes, weil es gibt so wenig Frauen, die man sieht in schönen Kleidern, in ausgefallenen Kleidern, oder heute Morgen, die Kundin, die hier war, die ist dann immer mit ihrem Kleid rund getanzt, oh, sagt sie, ist das schön und ich sage, ja, du gehst immer tanzen mit deinem Mann, das ist doch wunderbar, dann hast du ein schönes Kleid und sie sagt, sie kommt auch aus der Kabine und sagt, wow, deswegen freut euch auf eines der nächsten Videos, wenn ihr uns schreibt, macht es live, dann machen wir das Kleidervideo live mit euch Samstags morgens, das machen wir natürlich gerne und dann tanzen wir mal ein bisschen mit dem Kleid oder sowas hier oben, ja, dann ziehe ich das Baunkleid dann mal an, damit ihr das mal sehen könnt und Prost auf euch, vielen Dank schon mal vorweg, ich habe den Lippenstift angegeben, für die viele Bestellungen, die jetzt schon eingegangen sind, wir machen das natürlich einmal, um frühzeitig klar unser Lager schon mal zu räumen, weil halt eben dann auch die Einzelteile oder mal zwei, drei Teile halt eben dann, wenn der Liefertermin schon ein bisschen länger am Laden ist, damit sie einfach immer wieder neue Waren kommen, immer wieder neu und frisch kommen und ihr immer auch wieder up-to-date seid und trotzdem mit diesen kleinen Einzelteilen halt eben eure Kleiderschrank noch ein bisschen befruchten können und einfach aufpeppen können. So, Katharina kann jetzt noch mal ein bisschen gucken, jetzt können wir ein Schlückchen trinken, jetzt sind wir warm. Ja, es kamen jetzt keine Fragen mehr, ich glaube, es kamen jetzt zum Schluss, die Nachrichten, antworten wir gleich auf eure Nachrichten. Ja, ja, genau, die Siegner, wir beantworten alles das, was jetzt reinkommt, wir sind jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen hier und beantworten alle eure Fragen noch und für die, die sich verabschieden wollen, sagen wir, schön, dass ihr da wart, dass ihr so vielseitig da wart, so viele Leute da wart, selbst aus, 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 wo hat die Kunden an? Aus Minnesota, aus den USA. Wie viel Uhr ist es dort jetzt? Ja, Sabine, du kannst uns schreiben, wie viel Uhr es jetzt? Doch, ist nicht das in der halben Nacht jetzt in Zukunft? Ich glaube, dann ist das morgen. Oder am frühen Morgen, genau. Oder am Mittag. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wir freuen uns, unsere Follower-Schar wächst, unsere Fans wachsen und es sind immer mehr, die uns gucken und immer mehr, auch die hierher kommen und das finden wir natürlich ganz, ganz, ganz wunderbar und dann freuen wir uns, dass wir natürlich einfach auch davon, natürlich, davon halt eben euch mehr machen können, weil wenn man gar keine Resonanz bekommt auf das, was man tut, außer mal hier ein Hater und da ein Hater, ja, die können wir auch, die löschen wir sowieso wieder raus, ja, weil wir finden immer ein bisschen Respekt, wie es angesagt, ich kann mal kritisieren, ich kann auch mal Kritik üben, aber es muss immer konstruktiv sein und es muss auch immer wertschätzend sein und alles andere, die Leute, die uns jetzt, sage ich mal, Hater-Kommentare schicken, ich liebe meine Hater, ja, die löschen wir einfach und die kommen auch nie wieder auf unseren Kanal. Da haben sie halt eben auch Pech, weil man kann wertschätzend sein und das ist ganz, ganz wichtig, das weiß ich von meiner lieben Kundin, die das wunderbare Buch geschrieben hat, wertschätzend Kritik üben oder wertschätzend kommunizieren und das finde ich halt eben, dann sollte jeder sich, wenn einer Hater muss, dann sollte der sich mal so ein Buch kaufen und einfach mal lesen, wie man sowas macht und ich grüße dich, liebe Piruschka, nach Österreich und die liebe Christa in die Schweiz und wo ihr überall, und die ist auch in Österreich richtig, die liebe Sandra in der Schweiz, ja, ihr wisst, wir haben die Kundin inzwischen überall, ich grüße euch und wir sehen uns wieder am Samstag zu unserem Fashion Tour. Ihr Lieben, macht's gut, schönen Abend, lasst es euch gut gehen, bleibt vor allen Dingen gesund und habt Spaß und macht uns schön. Eure Walburga und eure Kathi.